Da warst du nicht nix! Was sagst du? Da warst du nicht nix! Zu Titanfall, schon wieder, ne? Jo. Ja, und da hört man schon den ersten Verdächtigen. Boah, schon wieder Titanfall. Ja. Da kannte ich mich schon wieder, mit dem Spieler denn hier... Kimmi, du harter. DingAPP-frame Jetzt kommen meine krassen Sniper Skills raus bei będziemyable Disc deux Die pressure, wie ich es sag mal... A, jetzt geht's nö Jetzt geht ihr nicht... Kill die fís Reise trejamin confirm die einnehmen ich habe nicht zu sehen wo ich gehe ich nach dem Fall war alles abruft er ist was ist das denn einer Kildonger aber er wurde nicht unbedingt auch zu haben klar weiß sie jetzt die schöne 60 60 FPS haben gerade wenn die Gäder von Michel anfangt zu ruckeln dort ist doch gar nicht und läuft ich habe mir zu haben und Gegner rasieren die Leute wie die Eimel und das Kick umkicken soll ich jetzt mal hier das hier war doch immer das ist Jogal ich bin unsichtbar schon mal ja ich bin dauerhaft und nicht so wunderschön du bist ja nur sie was ich einer Dinkzelt oder bis zu schießt dann auch weil ich hab so eine Karte aktiviert hier ist sie wie Gangster jetzt in die Großkort der Eier auch für WTF das erfolgen er ist echt zu 150 noch genossen 1 Minute 20 Loll hier hat schon ein Teil von uns er geht noch mal ab hier ist einer und der Geräusch der Baller gesagt hat er schon sieben feinlich geht's Loll er kommt nicht wieder gehen sie ernehmt aber auch jetzt sofort beintreten man munkelt sie einnehmen ich bin die ganze Zeit unsichtbar wie geil aber das läuft irgendwann ab nein das läuft nicht ab das bringt nur manchmal zuschendurch aber nur trotzdem Kokop doch guckt ich bin und nicht was ich sie erne er hat er dann hat es gleich Ohrleis hat ihn ansiedelte Träger es kommt jetzt hat gerade geblinkt und jetzt bin ich wieder unsichtbar das ist ja ein bisschen sieben hat auch geblieben was wieder Unsichtbarkeit zeichern richtig ich bin ich habe von der Tonnein gilt um alle drei die Orte er ist 15 seconds 20 Sekunden bei der Kunde wieder direkt 3 von der Teil des Bonas so da sind wir wie er schon geändert warte warte ich bin mal auch noch und das war er mit hier geht Teilchen Action so war der Kopfhörer in der Ecke direkt einer drauf okay das so regnet er ist so sehr Leute haben wir drei Teile Go 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 Power Rager gehört wird 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 die Wälder bis in den Korb denn wo das auch auch ja schießen die auf uns mehr mehr die Führung so wir wollen es so gut wie vor und soll die auf die Schiene hier ich hab den gehört ich hab's nicht die Punkte bis zum Glück ich renne ich meine er hat er mir vor achten wir aber als sie nichts was er wird tot aus auch was geht er sagt dessen man munke das ist verheiratet wenn es sich für die Karte gibt wo die Götze auch gedummt er ist sofort tot bleibt ich bin ja als er ist wirklich gegenseitig Junge was macht er denn nicht Auto in der Rechnung der Leiter da hat er gleich aus dem Fall ist der Fall so steht so richtig glattig wer mehr bei mir war denn nicht still übermührt verabgabt aktuell wird aber gerade richtig ist richtig er weiß ja es war ein Ruckern läuft und durchflüssig glaube ich habe zu wenig Speicherplatz ich habe schon wieder mein Teil war es heißer ich habe ein Teil jetzt schon wieder geil weil ich gerade übelst viele gekült habe so dritte Melds durch und bravo ein Geil nicht drinnen 3 das heißt sagt man ja nicht mehr er wird jeden Fall wir haben sich auch die zurückgeworfen aber das der Freizeit auch auch und die Leute haben wieder eingeducht hat guck mal da ich habe vier Peile und Kielscher leider ich denke mal auf der wahrscheinlich oder wahrscheinlich und für den machte so ein Job der Verzeigen das ist wenn man einen rausreißen aber der kann ich gerade ja eigentlich mal gesehen da habe ich in der letzten Folge macht also schade aber auch ein kürzerer vorgelegt er hat es dort echt mal bei den Punkt nur weil da ich habe gerade tausend Punkte vor allem so aber vielleicht denke ich habe bei allen egal wo ich gerade an die Tüte auch bei allen sind die links in den jeweils anderen Stellen in der Videobeschreibung muss er muss er muss er muss er muss er muss er man muss sich ein YouTuber der Oma und König Weltmeister du hast noch größer als zu der Tegel wie Schleppmänner aber immer dass er gar nicht da Mieter Doren haust er ein der beitragte der den ganzen Tag an er ist so hat also mehr mehr o im Wasser gerade also er ist man wohl schon wieder munkeln oder streng richtig an heute wird richtig gemunkelt vorwärtig ist genau so wie schon wieder teilt bei etwa weiter zu ihr an das auf der Stelle ja schon wieder egal ich war schon wieder es wird komisch ist bei mir kommt die wie wenn die Teilheit sich unter könnte könnte er zieht ja so ein Feuerschein der sich hände bei mir ist er gar nicht mehr bei mir ist er nur noch wenn er sozusagen blau wird weiß er weil er so lebt nee das hatte ich schon die ganze Tag noch mehr er kommt und springen und springen auch in der jungen Musik muss man sagen sagt die Klaus aufräumt was halten er hat immer die Rauf so ist es auch ohr wir sind drei Stück alle die Säderzeit weil ich nur wie ich einfach überrannt wird Lohr Waren und mein Teil der Regie gewesen der Drehbücher hat und der Bar so wo sind die jetzt hier auch von Jörg ich bin direkt durch springen bei einem drauf weiß er denn jetzt auf mit Köln bei der Schöne da reingeben das ist auch schon gut achte lehrt die ganze Zeit neun hier nicht noch geholfen bleibt er trägt da haben wir ihn wohl überfordert aber doch direkt auf dem Nächsten drauf und zweiter halbteils hintereinander gedoomt so sieht das aus steht nein durch sein und sie dass er der Mann ist eine Mauer angeschossen das ist ja auch der Führer der sich der hochgegangen alter wie geil was guck mal alter guckt jetzt wie die und nachher mann welches hochladet hat wie heftig alter damit erwähnt sein ob und zwischen zwei gebäuden so da wartet schon der nächste ich durfte jetzt nicht ausfahren schießt drauf schießt alles drauf ich hab einen kaputt gemacht Titan ready ich kann irgendwo drauf springen aber ich weiß grad nicht wo ihr seid ich glaub die Runde geht ah da ich hab auch schon wieder meinen Titan oh lol das bist du da hinten kommt einer da hinten kommt einer da kommen zwei bam 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 Titan komm her ich spawne jetzt in meinem Titan der eine ist tot ach so gut er hat ich komme jetzt zu helfen ich komme auch noch dazu wenn ich wüsste wo ihr seid er ist auch tot alle seid ihr da oben auf das sind oben auf dem Dach was so machen darf zwei sitzen die Anruhe du hast ein auf dem Rücken oder alle das ist ein Gegner lol nein die Dämmel ist nämlich gerade was ist das Jungs ich verstehe hier vier Titans du hast eigentlich ja unser Typ hat einmal ich hab gerade die Hälfte live abgezockt bekommen hä ok ich glaub ich hab jetzt alle getürt hier wir nehmen die C ein ey ist hier um die Ecke der Schlingel oh shit voll der Schlingel alter was Längel oh shit oh shit dann mal ab zum Schiff ne bam ich hab einfach rausgerissen get to the drop ship ey wir müssen zum Schiff ne das möchte ich nochmal vielleicht man munkelt das man zum Schiff man muss nur 100 Meter laufen aber ich hab zum Glück ein Titan deswegen ist das ganz ja gut aber die campen da schon wieder alle am Schiff rum ja man munkelt das die da campen das man normal ist das munkelt man ja das munkelt man richtig nein nein wie soll ich da rein nein nein scheiße verrecken alle ich hör nur die Geräusche und weiß nicht direkt was aussehen ey renn lieber du renn ja ich schaffe renn ja da oben ist einer auf dem Dach pass auf nein bitte eine Sekunde nein nein ja ja wer hat sich mit mir gerettet wie bist du dann vorbeigesprungen in letzter Sekunden halt in letzter Sekunden halt in letzter Sekunden halt in letzter Sekunden hab ich mich gerettet Alter ihr merkt schon das Spiel bockt auf jeden Fall steigt und wir kaufen uns das auch und damit ist die Folge vorbei für heute ah ja endlich ja geier ich habe aber für uns ist es nicht vorbei wir spielen nämlich noch weiter denke ich mal oder ja du kannst auch weiter aufnehmen also je nach ne ich denke mal ich hab genug ja du hast Kordom Leona äh Leon hat die Schnauze voll Schnauze voll Kordom geplatzt die Klappe hat Schnauze voll so ähm ja Freunde dann sehen wir uns im nächsten Video Freunde der Westkorn Pokémon wieder mit Waytex und das übliche und bla 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 und tschau tschau baby jemand hintererst jam flatter ich u es du ich